Frau Präsidentin, Frau Ministerin, Dr. Münch, ich stimme Ihnen ungern zu, aber wo Sie recht haben, haben Sie recht. Der Unterrichtsausfall ist nicht das einzige und auch nicht das größte Problem im Schulwesen in Brandenburg. Es würde den Rahmen einer Kurzintervention sprengen, auf die gravierendsten Probleme einzugehen. Lassen Sie mich nur zwei Bemerkungen dazu machen. Selbst wenn kein Unterricht ausfällt, haben die brandenburgischen Schüler wesentlich weniger Unterricht als die Schüler in Bayern. Ein Problem. Und ein zweites Problem. Ich weiß nicht, ob das zu Ihnen gedrungen ist bei einer Veranstaltung in Strausberg. Da ging es um das Thema Null Bock auf Ausbildung. Sagten mehrere Schüler der neunten und zehnten Klassen, die dort anwesend waren, bei uns findet ein normaler Unterricht nicht statt, weil zwei Drittel der Schüler unserer Klasse keinen Bock zum Lernen haben und das eine Drittel, das Lernen will, am Lernen hindert. Das sind Probleme, denen Sie sich auch vordringlich zuwenden sollten. Vielen Dank, Frau Kollegin Blechinger.